Ibn Hisham mit vollständigem Namen Arabisch A.B.D. Al-Malik Ibn Hisham Ibn Ayyubal Himyari Abu Mohammed D.M.G.A.B.D. Al-Malik B.Hizam B. Ayyubal Himyari Abu Mohammed war ein arabischer Historiker, Grammatiker und Geneloge. Werke Sein Hauptwerk ist seine Bearbeitung von Ibn Ishaqs Biografie des Propheten Mohammed unter dem Titel Sirat Mohammed Rasulillah Sirat Mohammed Rasulillah die Biografie Mohammeds des Gesandten Gottes Zu Beginn des Werkes erläutert Ibn Hisham, nach welchen Kriterien er seine Auswahl aus dem Original des Ibn Ishaq in der Überlieferung von dessen Schüler Al-Bakai getroffen hat. Weg gelassen hat er demnach Erzählungen, in denen Mohammed unerwähnt bleibt, bestimmte Gedichte, Überlieferungen, Deren Richtigkeit sein Lehrer Al-Bakai nicht bestätigen konnte und anstößige Stellen, die den Leser verletzen könnten. Seine Kommentare zum Text von Ibn Ishaq den E von den Auslassungen abgesehen im Wortlaut nach seinem genannten Lehrer zitiert, sind Erläuterungen zu schwierigen Termini der arabischen Sprache, Ergänzungen genalogischen Inhalts zu bestimmten Eigennamen. Die Kurzbeschreibung der bei Ibn Ishaq genannten Orte UE. Diese sind dem Originaltext Ibn Ishaqs an den entsprechenden Stellen jeweils mit dem Vermerk Kalah Ibn Hisham beigefügt. Ibn Hayams Bearbeitung von Ibn Ishaqs Werk ist bereits gegen 864 in gelehrten Kreisen von Cordoba im islamischen Spanien verbreitet worden. Das Werk ist erstmals in Göttingen in der Edition des deutschen Orientalisten Ferdinand Wüstenfeld erschien. Das Leben Mohammeds nach Mohammed B. Ishaq bearbeitet von ABD Al-Malik B. Hisham. Gustav Weil hat davon eine Übersetzung publiziert. Im 20. Jahrhundert ist das Buch im Urorient mehrfach gedruckt worden. Der deutsche Orientalist Gernot Rotter hat eine gekürzte deutsche Übersetzung angefertigt, die etwa ein Drittel des Werkes umfasst. Das Leben des Propheten, Asira Annababia, Sporkandern im Schwarzwald 1999. Die englische Übersetzung des Werkes hat im Jahre 1955 der britische Orientalist Alfred Guillaume publiziert, The Life of Mohammed. Das Buch der Kronen zur Kenntnis der Könige Zeiten in den Berichten über die Katern ist ein genealogisches Werk. Mit zum Teil legendenhaften Berichten über die Südharaba und ihre Bauten in der vorislamischen Zeit.